Hallo Mitspieler, mein Name ist Yoshu und ich spiele heute mit euch GO! Willkommen zu einer neuen Partie mit CrazyStone Deep Learning. Heute versuche ich das Programm auf dem Level 2k zu knacken und bin gespannt was bei der Partie so passiert. Ich wollte noch mal das Paneel hier wechseln. Diese Geschichte habt ihr ja schon kennengelernt. Das ist das Richtige. Okay, ich starte in der Ecke rechts oben und spiele dann meine orthodoxe Eröffnung, das heißt Chimari zu Hoshi. Weiß spielt Hoshi und diesen Kumoku. Weiß wird hier mit großer Sicherheit reingehen. Ja und ich denke die korrekte Variante ist von hier zu drücken und ich denke es ist jetzt sinnvoll sofort dazwischen zu gehen. Schwarz macht jetzt bei dem Tobi mit. und blockt die Ecke. Dann will weiß hier fangen. Okay. Wenn ich verlängere wird weiß davor gehen. Ich blockere. Das scheint also nicht ohne weiteres zu funktionieren. Hier reagiert weiß. Okay. Okay. Ich verlängere. Ich verlängere. Lockt. Weiß spielt das gegen Atari. Okay. Und wenn ich jetzt durch möchte, was passiert dann? Weiß blockt mich von oben? Oder ja? Damit erhält Schwarz die Möglichkeit hier zu spielen. Und ganz genau. Weiß muss sichern. Ich gehe ein Stück nach vorne. Und schau mal, ob ich mich hier irgendwie durchbohren kann. Verbinde. Äh. Binde. Mhm. Und drücke jetzt den Stein hier durch. Was macht weiß? Ja. Greift hier an. Das ist verständlich. Hier kann weiß nochmal spielen. Den werde ich auch nicht weglassen. Ja. Und das größte Glück, was Schwarz jetzt haben könnte, wäre hier unten eben, naja, eine Trennung herbeizuführen. Wie reagiert weiß? Weiß fängt automatisch, äh, fängt sofort diesen Stein. Und... ...eins, zwei, drei. Was bringt mir das? Ein Atari. Yippie. Ja. Und ich denke, dass weiß, was ich um die kümmern muss. Aber... ...schwarz scheint schneller zu sein. Atari, okay. Nehme ich hin. Hier lauert das nächste Atari. Das akzeptiere ich so. Und... ...hier nehme ich raus. Ja, dieser Squeeze ist eine wichtige Technik. Und ich schätze, weiß wird jetzt hierher zurückkommen. Ich denke, es macht Sinn, hier die Vorhand zu nutzen. Und zwar... ...indem ich das zu einer Angriffszone mache. Da mache ich nochmal mit. Okay. Ja, wie ist der Status dieser? Das ist fast ein Auge. Das ist definitiv ein Auge. Hm... Ich glaube, es macht Sinn, hier zu spielen. Schwarz wird gezwungen zu nehmen. Und... Jetzt muss ich das, was hier an Freiheiten zu erobern ist, wirklich in die Tat umsetzen. Das könnte... ...sehr, sehr schwierig werden. Ja, das bedeutet, ich habe hier ein Atari. ...bei es schließt. Und da werde ich nochmal mitgehen. Ja. Und jetzt... ...liegt die Hoffnung... ...hier. Okay. Und jetzt geht's nach Hause. Nein, es geht nach Hause. Es geht immer noch nach Hause. Nein, es geht nach Hause. Das Programm ist anderer Meinung. Das Programm ist anderer Meinung. Crazy Stone... ...insistiert. Hm. Ich weiß nicht, warum er das tut. Aber... ...am... ...Rand... ...werden wir es merken. Nein. Immer noch nein. Auf gar keinen Fall. Nicht in Frage. Ich will immer noch nicht, dass du... ...da rauskommst. Ja, echt dickköpfig. Haha. Was machst du jetzt? Äh, ja. Da gehe ich auch nochmal mit. Und... ...hier ist deine Reise zu Ende, mein Freund. Moment. Hm. Spielen wir weiter, als wäre nichts gewesen. Okay. Hm. Ja. Hm. Ich denke... ...das macht mehr Sinn. Und... Jetzt gehe ich nach oben. Ich glaube, in der Situation geht es im Grunde genommen nur noch darum, die Partie nach Hause zu spielen. Ähm. 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 Und... ...das sieht weiß auch so. Okay. Schauen wir uns an, was da passiert ist. Ich staune, dass ein Programm, bei dem ich ja nun mittlerweile so starke taktische Fähigkeiten entdeckt habe, nicht in der Lage war, die Leiter auszulesen. Das ist wirklich erstaunlich. Also, schwarz beginnt. Hoshi. Weiß spielt Hoshi. Kumoku. 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 Shimari. Und... Hoshishita. Also der Punkt auf der dritten Linie unter dem Mittelstern. Ich drücke von meiner besseren Seite sozusagen aus. Weiß spielt sehr selbstbewusst. Und jetzt... Ja. Das ist normalerweise nicht mein Stil, sofort irgendwo reinzukloppen. Aber ich finde... Schwarz steht hier sehr stark. Schwarz ist dort nicht gerade schwach. Dass sich weiß diese Ausdehnung hier leistet, finde ich ein bisschen frech. Wahrscheinlich ist das sogar erlaubt. Weiß darf das so machen. Aber... Mir gefällt das nicht. Und... Ihr seht, hier kommt es zu einem... ...erbitterten Kampf. In dessen Verlauf... Schwarz mit einigen Tricksen... Durchbricht. Und zwar hier. Und jetzt ist der Bonus dieser ganzen Geschichte... Dass die Gruppe... Von... Dieser Gruppe... Getrennt wurde. Ja. Okay. Damit... Ist... Schwarz zufrieden. Die Gruppe... Sieht jetzt... So aus, als würde sie sterben. Weil die Verbindung zu denen fehlt. Da... Muss ich mir auf die Schulter klopfen. Das hat Schwarz gut gemacht. Okay. Hier kommen die nächsten Schwierigkeiten. Die Gruppe darf nicht sterben. Die wird jetzt von beiden Seiten hier attackiert. Und die Gruppe hat auch keinen... Keine zwei Augen. Muss auch... Um ihr Leben rennen. Und das wird besonders kompliziert. Hier. Schwarz nimmt zwar jetzt hier den großen Punkt. Aber... Ich hätte mit der Hartnäckigkeit von... Crazy Stone rechnen müssen. Crazy Stone versucht mich hier mit aller Gewalt zusammen zu drücken. Und ihr seht... Hier... Das ist zwar jetzt ein Auge. Aber... Hier gehen mir auch die Freiheiten aus. Also... Knifflig. Ich habe jetzt versucht... Die... Schnittpunkte... Die sich hier befinden... Irgendwie für mich zu nutzen. Der erste Angriff ging gegen die. Weiß reagiert. Der zweite Angriff dann gegen die. Also mit der Kombination hier und hier. Hier kann ich... Immer noch mit diesen Sätzen drohen. Ja, jetzt werden die drei angegriffen. Und hier hätte... Weiß... Ich denke das spielen sollen. Denn damit wäre der ganze Plan von Schwarz... Ins Wanken geraten. Jetzt funktioniert jedenfalls die Treppe. Und die Treppe... Das hatte ich ja deshalb... Ich hatte das ja so vorbereitet. Ich wusste, dass die Treppe nur funktioniert, wenn die Steine zu zweit hier stehen. Aus dem Grund war klar, ich kann nicht sofort hierher spielen. Dann wird die Treppe für mich nicht funktionieren. Denn dann wird dieser Stein ins Atari geraten. Also habe ich nochmal gespielt. Ja, um mit der Drohung... Zu sagen... Wenn Schwarz jetzt hier spielt... Hier steht ein Schwarzer. Hier steht ein Schwarzer. Kann Weiß nicht da rein gehen. Denn das wäre die letzte Freiheit für die drei. Und... Schwarz kommt hier möglicherweise doch nach raus. Und mit diesem Zug wiederum würde die Treppe funktionieren. Ich habe allerdings wirklich gedacht, Weiß spielt den und zwingt Schwarz hier zu spielen. Und ich glaube nicht, dass Weiß dann nochmal hierher zurückkommen müsste. Dann hätte Weiß versuchen können hier irgendwie raus zu hüpfen. Keine Ahnung. Ist jedenfalls für mich glücklich gelaufen. Wieder einmal eine Treppe, die Crazy Stone nicht gesehen hat. Das ist auf dem Level erstaunlich. Ich dachte... Oder ich denke... Crazy Stone geht davon aus, dass er irgendwie glücklich hier ankommt. Aber da fehlen zwei Punkte. Okay. Und ab diesem Punkt ist klar... Das wären ja alles Gefangene. Das kann Weiß nicht zurückerobern. Und... 120. Zug. Resign. Ja, das war eine interessante Partie. Ich denke, wenn ich tief in mein Herz schaue und mich frage, wie ich regulär gegen den Level 2k gegen Crazy Stone spielen würde, dann muss ich zugeben, dass ich diesem Level nicht gewachsen bin. Also das Heute war hier bei dieser Partie sicherlich ein Lucky Punch. Ich habe es geschafft, den Level 2 zu knacken. Aber im Grunde meines Herzens weiß ich, dass der zweite Q von Crazy Stone stärker spielt als ich. Ich weiß nicht, ob ich in der Zukunft hier nochmal für den Kanal versuchen werde, den Level 1 zu knacken. Im Moment denke ich, dass das für diese Reihe von Go-Videos zu Crazy Stone genügen sollte. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Ihr könnt wie immer in dem Kommentarbereich eure Anmerkungen machen. Könnt schreiben, was euch aufgefallen ist. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Go-Video wieder. Und bis dahin macht's gut. Bye-bye.